Nachdem sich der Sohn von Mette Marit von Norwegen im vergangenen Frühjahr völlig überraschend von seiner langjährigen Freundin Julian Esnäckestad getrennt hat, schwebt Marius Borg Hojbi wieder im siebten Himmel. Seine Auserwählte ist die TV-Berühmtheit Nora Haugland, die als Teilnehmerin der norwegischen Love Island Show einen gewissen Bekanntheitsgrad im Land besitzt. In einem Interview mit der Zeitschrift Say or Her hatte Nora kürzlich ihre Liebesbeziehung zu Marius öffentlich gemacht und in dem Gespräch von ihm auch als, Zitat, einen wahren Gentleman geschwärmt. Nun gibt sie weitere private Einblicke in ihr gemeinsames Leben. In ihrer Instagram-Story postet Nora Haugland einen Schnappschuss von ihrem Liebsten, der ihn mit entblößtem Oberkörper im Bett zeigt. Der 25-Jährige liegt eingekuschelt unter der Bettdecke, in seinem Arm hält er Noras Hund. Dazu schreibt das Model glücklich, Zitat, froh über diese zwei und hängt ein Herzchen-Emoji an. Auf ihrem Instagram-Profil hält sie ihr privates Glück ansonsten geheim. Dort lassen sich keine Pärchenbilder finden, nur versteckte Andeutungen oder Aufnahmen, die sie bei Shootings oder mit Freunden zeigen.